Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder euer Odin und ich begrüße euch zum Hardware-Check vom LED-Beamer, den ich euch im Hardware-Video schon vorgestellt hatte, was jetzt nicht so gut gelungen ist, das weiß ich auch, weil ich wollte es einfach schnell auspacken und meinen ersten Eindruck mit euch teilen und einfach nur mal ausprobieren. Ich habe den jetzt seit ich das Hardware-Video gemacht habe im Dauereinsatz im Schlafzimmer getestet und habe jetzt hier mal so einen Kleenaufbau im Wohnzimmer gemacht. Sieht jetzt nicht so berauschend aus, aber es reicht, um euch die Qualität etwas zu zeigen und zu erklären. Ich drehe jetzt mal die Kamera, dann könnt ihr das sehen. So, da seht ihr das praktisch, das ist das Bild. Ich habe jetzt mal das Video von mir vom Unboxing angemacht. Der Beamer hat auch einen internen Lautsprecher, der ist jetzt nur nicht so der Knaller. Also bis zu einer gewissen Lautstärke ist es okay und danach wird es leicht brummig, hallig. Ja, ihr wisst, was ich meine. Würde ich mal sagen. Ich mache jetzt einfach mal Play. Da muss ich aber jetzt rumgehen. Dann kann ich euch das vernünftig zeigen. Ich werde mir mal noch das Display drehen. So. Ach, die Kamera, dann müssen wir justieren. So. So müsstet ihr das relativ, doch könntet da sehen. Ähm, das Bild ist jetzt nicht so groß, da der Beamer jetzt nicht so weit von dem weißen Laken weg ist. Das weiße Laken ist auch ein bisschen schräg. Äh, das habe ich jetzt einfach nur so aufgehangen im Schlafzimmer, als mein richtiger Versuch. Da, also wie ich es jetzt die ganze Zeit gemacht habe. Und da ist der Beamer wesentlich weiter weg vom Laken, was ich an die Wand angebaut habe. Ich kann euch das mal zeigen, wenn ich jetzt hier zum Beispiel zurückgehe. So, dann wird das Bild natürlich auch dementsprechend richtig schön groß. Man kann das dann auch wieder nachjustieren, dass es wieder scharf wird. So. Und ich würde sagen, das ist doch schon mal ein tolles Bild, würde ich sagen. Ist auch 1080p, das werde ich euch auch gleich zeigen. So. Jetzt muss ich hier wieder erstmal nachjustieren auf die kleine Größe. So. Und jetzt drücken wir mal die Info-Taste. So. Dann steht ganz unten in dem grauen Balken Video 5. Das ist der HDMI 1080p 60Hz. Ich mache euch jetzt mal hier Play an. Dann könnt ihr das auch in bewegten Bildern sehen. Ich mache mal mein Mikrofon an den Lautsprecher, dann hört ihr das mal, wie der Sound ist. Kurz vor Ende des Monats. Und die, die, wo die Marschuppen des Längeren schon verfolgen. Die wissen ja, was ich mir denn immer zum Ende des Monats eine Weile hole. Da hört ihr, dass es dann brummig ist. Aber man kann ja auch an eine Anlage anschließen und alles drum und dran ist alles kein Problem. Das habe ich im Unboxing gezeigt, was für Anschlüsse sind. Das werde ich am Ende des Videos, wenn ich den Beamer ausmache, werde ich euch noch mal die Anschlussmöglichkeiten zeigen. Ich will euch jetzt erstmal noch das Menü zeigen und die verschiedenen Menüpunkte. Ja, nicht wundern, jetzt geht hier im Hintergrund, wenn ich drücke, geht meine Lichterkette mit an. Na ja, jetzt müssen wir das halt in Kauf nehmen, dass ein bisschen mehr Licht kommt. Das ist von hinten halt die Lichterkette. So, da haben wir denn hier oben Bildmodus Standard. Da können wir dann halt auch Kontrast und Schärfe und alles mögliche einstellen. Wir haben Farbtemperatur, habe ich auf Mittel. Wir haben Seitenverhältnis, 16 zu 9, Rauschunterdrückung hoch, Flipfront, da können wir das dann flippen. Ja, also wirklich für jeden was mit bei. Hier haben wir auch auf 100%. Ich will aber erstmal weitermachen. So, dann haben wir hier auch noch die Soundeinstellung. Surround Sound können wir jetzt natürlich auf Surround stellen. So, und dann haben wir hier Autovolumen aus, Balance auf 0, Equalizer. So, dann haben wir noch die Uhr einstellen. Ausschalt-Timer, Einschalt-Timer, Sleep-Timer, Auto-Sleep. Und dann haben wir hier natürlich noch die Einstellungen, dass wir auf Werkseinstellungen zurücksetzen können. Hier unten hier ist Menü-Sprache Deutsch, Blending aus, OSD, 5 Sekunden, Software-Update über USB. Und wenn wir dann ein Software-Update haben und das per USB einspielen, bräuchten wir da einfach nur draufdrücken und wir hätten dann unser Software-Update, was dann aufgespielt wird. Ich werde jetzt mal wieder rumkommen und ich mache mal einen kurzen Cut, dass ich hier mal den Beamer abbauen kann und dann kann ich euch nochmal die Anschlüsse zeigen. So, ich habe jetzt mal die Chalassier hochgemacht. Hier haben wir dann praktisch unser Stellrad, das können wir dann auch komplett abschrauben. So, und dann kann man den auch gerade hinstellen, wenn er jetzt zum Beispiel unter der Decke ist oder so. Dann haben wir hier praktisch die Linse und hier oben können wir die Linse stellen. Wir können aber auch direkt an der Linse, wenn wir das möchten, hier dran stellen. Auf der Seite haben wir dann den USB-Anschluss, den ADV-Anschluss, also den Computer-Anschluss und hier unten ist der Strom. Auf der Rückseite haben wir hier einen Antennen-Anschluss. Was haben wir denn da oben noch? Da haben wir noch AV und Kopfhörer. Da ist AV, da ist Kopfhörer, da ist der Infrarot-Stecker-Verbindung für die Fernbedienung, weil das Modell gibt es in zwei verschiedenen Versionen. Einmal normal und einmal mit Fernbedienung. Ich habe die Version mit Fernbedienung. Dann haben wir da einen HDMI-Anschluss und einen SD-Anschluss, um halt auch Videos und Bilder von SD abzurufen. Hier ist dann der Lautsprecher verbaut oder an den Seiten. Ja, an der Seiten ist Lüftung. Ich glaube, der Sound kam hinten raus. Ja, und das ist D-TV. Wer das genau wissen will, kann ich euch nochmal nah ran halten, könnt ihr das sehen. Wir haben aber auch vorne einen Infrarot-Anschluss. Das ist dieses schwarze Ding. Zum Stellen, falls der Beamer jetzt praktisch hinten angebaut ist und man sitzt weiter vorne und man will steuern, so hat man dann praktisch auch vorne. Oder der Beamer ist vor einem, dann kann man auch so steuern. Das ist alles kein Problem. Habe ich auch getestet. Und den hinten haben wir dann oben auf der Oberfläche haben wir noch ein Bedienfeld. Da haben wir dann hier einmal den Ein- und Ausschaltknopf. Hier ist eine LED-Leuchte. Das ist der Menüknopf. Das ist der Zurückknopf. Dann haben wir hoch, runter, links, rechts und okay. Ich habe den jetzt, weiß ich nicht, wie viele Wochen jetzt schon getestet. Zwei Wochen, glaube ich, habe ich den jetzt im Dauereinsatz im Schlafzimmer. Und ich muss sagen, im Schlafzimmer kommt es richtig geil, weil ich habe im Schlafzimmer eine riesen Schrankwand, die steht links und dann habe ich rechts so ein Zeitboard und da war eigentlich mein Fernseher drauf, den habe ich in der Zeit runtergestellt und habe die riesen Wand für den Beamer nutzen können. Und ich habe auch dann hier dran angeschlossen eine kleine Soundanlage über den Kopfhöreranschluss. So PC-Soundanlagen kennt ihr ja, mit einer Bassbox links und rechts und so. Und habe die dann halt auf dem Bett, die Lautsprecher links und rechts und die Bassbox weiter unten. Und der Beamer steht dann halt auch in der Nähe, also ziemlich weit nah an der Wand und dadurch konnte ich halt die komplette Wand nutzen. Und das macht schon ein geiles Erlebnis. Also das ist schon echt cool. Der Sound vom internen Lautsprecher, der ist jetzt nicht so berauschend. Der ist überhaupt nicht so berauschend. Aber für normal gucken reicht das relativ aus. Wenn man natürlich Filme guckt mit Soundeffekten, wie jetzt Bornverschwörung, Borntherilogie, wo dann halt viel geknallt wird und so. Da kann ich das denn nicht empfehlen, den internen Lautsprecher zu benutzen. Da nimmt lieber einen externen Lautsprecher. Macht sich besser, weil da ist der kleine definitiv überfordert mit. Aber so, das Bild ist sehr angenehm, ist auch Full HD, kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Helligkeit ist ein Beamer, ist halt so ein kleines Problem. Wenn jetzt so wie hier, weil das ist jetzt die helle Seite von meinem Zimmer, wo jetzt hier die Sonne direkt ran strahlt. Da ist sie dann schon ratsam abzudunkeln, weil sonst sieht man zwar was, aber wenig. Auf der anderen Seite, wenn hier, wo nicht so viel Licht rankommt, also kein direktes Licht rankommt, da ist es dann, geht schon was besser. Und im Schlafzimmer habe ich ja auch direkte Wand, da habe ich dann immer die Chalaisie unten und macht ein muted Bild. Ich kann mich nicht beschweren und ein Riesenbild, ein Riesenbild. Also ist echt ein sehr schönes Teil. Damit ist mein Video hiermit auch erstmal beendet. Wenn ihr da noch Fragen habt, einfach in die Kommentare stellen. Ach, einige haben gefragt wegen einem optischen Anschluss. Einen optischen Anschluss gibt es jetzt hier nicht. Aber es gibt genügend Möglichkeiten, hier zum Beispiel den AV, ne Quatsch, den Kopfhöreranschluss auf optisch zu machen. Oder auf Koax, je nachdem was ihr braucht. Da habe ich euch ja schon einige Produkte vorgestellt. Da macht ihr einfach einen Klinkenanschluss hier ran. Der hat dann zwei, mit einem Adapter auf Cinch. Und die Cinch haut ihr dann praktisch in diesen kleinen Adapter. Den habe ich euch von Ligavo euch schon mehrere vorgestellt. Und von da aus geht dann ein optischer zur Anlage oder je nachdem wo ihr hin haben wollt. Das ist alles überhaupt kein Problem. Beim Einstellen mit dem USB und HDMI habe ich keinerlei Probleme gehabt. Das hat alles super funktioniert drin und hat funktioniert. Plug and Play, also kann mich da überhaupt nicht beschweren. Und das Bild finde ich ist sehr angenehm. Macht ein sehr angenehm mit. Weiches Bild. Es ist nicht rucklig, es ist nicht kantig. Es ist sehr angenehm zu gucken. Vor allen Dingen abends, wenn du dann die Riesenwand dann hast da. Oder die halbe Wand habe ich ja. Fast die halbe Wand habe ich bei mir im Schlafzimmer da bestrahlt mit. Und das ist sehr angenehm. Das ist ein sehr schönes Gucken. Wenn man dann schön im Bett liegt, Chips futtert und dann richtig schön. Ihr könntet natürlich jetzt hier auch machen können. Aber ich habe hier hinten keine Möglichkeit den Beamer so hinzustellen, dass ich komplett die Wand. Also ich habe da dann halt nur diese Möglichkeit, wie ihr das jetzt hier sehen habt. Weil weiter hinten geht nicht. So, das soll es jetzt auch soweit gewesen sein. Wenn ihr da noch Fragen habt zu diesem Beamer, einfach in die Kommentare posten. Ich werde mein Bestmögliches tun euch da noch zu antworten. Ich werde euch nochmal schnell den Lieferumfang zeigen. Da ist mir ja beim Hardware Video und beim Unboxing auch ein Fehler passiert. Da habe ich ja gesehen, nicht gesehen. Also ich kriege eine Bedienungsanleitung dazu. Dann diesen Pinopel, den ihr unten reinschrauben könnt, damit ihr den Beamer schräg machen könnt. Logischerweise eine weiße Abdeckplatte für die Linse. Die können wir dann hier so drauf machen. Die passt auch super, dass die nicht einstaubt oder so. So, und dann haben wir dann noch so ein AV-Kabel. Der hat praktisch einen Klinkenanschluss, wie ihr hier seht. Und hier habt ihr dann drei Anschlüsse. Gelb ist Video und Rot und Weiß sind rechts und links. Das ist jetzt zum Beispiel, kann man die V anschließen. Oder man kann Cinch auf das machen und verschiedene Geräte anschließen. Aber HDMI haben wir ja auch. Das ist auch kein Problem. Jetzt zeige ich euch noch den Stromkabel. Das ist halt der Stromkabel, der ist auch schön lang. Da gibt es auch keine Probleme. Würde ich jetzt mal so sagen. So, dann würde ich jetzt hier aber das Video dann auch mal beenden. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn ihr noch Fragen habt, wie ihr sagt, einfach in die Kommentare posten. Und ich bin dann erstmal weg. Ahoi, sagt euer Odin.